Du liebst dein Fahrrad? Leider nicht nur du. Gerade die edlen Modelle und teuren E-Bikes sind bei Lieben heiß begehrt. Du fragst dich bestimmt, kann ich mich gegen Fahrraddiebstahl versichern? Na klar! Hi, ich bin Carlo und ich erkläre dir jetzt, wie du das ganz einfach mit deiner Hausradversicherung machen kannst. Dein Fahrrad oder dein E-Bike gehört zu deinem Hausrad. Deshalb ist grundsätzlich die Hausradversicherung dafür zuständig. Mit ihr sicherst du all dein Hab und Gut ab. Nicht nur dein Fahrrad, sondern auch deine Möbel, deine Klamotten, Elektrogeräte, deinen ganzen Kram also. Und zwar gegen Schäden, die durch zum Beispiel Feuer, Einbruchdiebstahl und Vandalismus, Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel entstehen. Wenn du also eine Hausradversicherung hast, ist ein Fahrraddiebstahl durch einen Einbruch bereits abgesichert. Allerdings nur, wenn dein Fahrrad von einem Ort geklaut wurde, der in deinem Versicherungsschein aufgeführt ist. Also in der Regel deine Wohnung plus Nebengebäude wie Garage oder Keller. Wenn dir das schon als Absicherung reicht, fährst du mit einer Standardhausradversicherung also bereits sehr gut. Vielen reicht das aber nicht, denn meistens werden Fahrräder ja nicht gerade aus ihrem verschlossenen Keller geklaut, sondern eher vorm Kino, vor dem Haus des Kumpels, vorm Supermarkt oder in der U-Bahn-Haltestelle. Diebstähle von solchen Orten sind durch die normale Hausradversicherung nicht gedeckt. Es gibt aber einen Zusatzbaustein, der die Hausradversicherung gegen einen kleinen Aufpreis erheblich erweitert, sodass dein Fahrrad dann umfassender geschützt ist. Damit ist dein Rad zum Beispiel auch gegen Diebstahl versichert, wenn es abgeschlossen vor einem Geschäft in der Stadt geklaut wird. Für noch mehr Schutz gibt es eine eigenständige Fahrradversicherung mit Vollkasko. Diese Versicherungen enthalten zum Beispiel einen Reparaturschutz und übernehmen die Kosten durch Vandalismus oder Stürze. Und sie zahlen auch dann, wenn das Rad nicht komplett geklaut wurde, sondern zum Beispiel nur der Sattel. Und überhaupt, wer klaut einen einzelnen Sattel? Was stimmt mit den Leuten nicht? Jedenfalls kostet dieser Rundumschutz erheblich mehr als der Zusatz zur Hausradversicherung. Um ein Fahrrad mit einem Wert von 1000 Euro Vollkasko zu versichern, musst du im Jahr zwischen 50 und 320 Euro bezahlen. Und das gilt dann nur für ein Rad, während eine Hausradversicherung alle Fahrräder absichert, die zum Hausrad gehören. Fazit. In den allermeisten Fällen lohnt sich für dich eine Hausradversicherung mit Fahrradzusatzschutz. Manchmal ist sogar schon eine Standard-Hausradversicherung ausreichend. Zwei Tipps von mir. Erstens, falls du schon eine Hausradversicherung hast, frag bei deiner Versicherung doch einfach mal nach, wie viel es kosten würde, die Fahrradversicherung drauf zu satteln. Der Zusatzschutz ist meist für weniger Euro zu haben. Und zweitens, achte darauf, dass es keine Nachtzeitklausel gibt. Die würde dein Fahrrad nur zu bestimmten Uhrzeiten versichern. Und das ist natürlich nicht so cool. So oder so sind wir in jedem Fall rund um die Uhr für dich da. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib sie uns gerne in die Kommentare. Bei Cosmos Direct stehen dir außerdem Expertinnen und Experten zur Seite, die du jederzeit telefonisch erreichst. Eine Übersicht mit weiteren Ansprechpartnerinnen zum Thema Hausradversicherung findest du auch auf der Webseite von Cosmos Direct. Und falls du noch keine Hausradversicherung hast, schau dir unser Deep Dive zum Thema an. Da erkläre ich dir ausführlich alle Details. Für noch mehr Videos rund ums Thema Versicherung kannst du uns auch einfach abonnieren. Dann verpasst du auch nichts. Neue Videos gibt es jede Woche. Wir sehen uns auf bald, dein Carlo.